Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario 3D World mit dem Basti. Ja, grüß euch. Ja, er ist hier am rumhüpfen und wir haben hier unseren Spaß und jetzt heißt es windende Wassergänge aus Welt 5. Nein! Warum hattest du mich eigentlich hochgenommen? Ich wollte da auf deinen Rock gucken. Du Sau. Ich weiß nicht, ob da oben was ist. Keine Ahnung. Nee, da ist nix. Da ist auch nix. Wünschen! Yay, Leben! Hier ist hundertprozentig was. Was, 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 was? Da, Stempel. Links Stempel. Hättest du auch schon holen können, ey. Ja, es tut mir leid. Ich bin untröstlich. Ey, komm. Jetzt hol mich da aus dieser Wand raus, du blödes Ding. Autsch. Wenn du mit? Hä? In der Mitte, okay. Ja, das ist 3D wieder. Ja. Das ist der Nachteil an 3D, dass man das nicht so gut sieht. Ich würde sagen, unten sind die Sachen. Verdammt. Willst du das noch holen? Oder unten? Kann man denn mal oben? Ja, okay. Dann geh hoch, Digga. Eine Katze. Yay. Behalt deine Katze. Sei vorsichtig. Geh raus. Ey, mach's klassisch wie Mario. Du kannst als Katze hundertprozentig da links rein. Links ist was, ja. Ja, ich sieh's. Yay, Stern Nummer 1. Nein, wieso stampft der? Du kannst hier nicht wirbeln mit R. Oh nein. Oh, ich will nicht. Das wird ein Spaß. Oh, aber ja. Okay, ich würde erst mal sagen, nach rechts. Wir gehen da oben rechts rauf, oder? Ja. Moment. Das war's schon? Ich würde gerne die Kamera drehen und nach hinten gehen, aber... Hundertprozentig hier oben wieder wär's drauf, wetten. Ja, da oben. Warte, noch, hör noch. Sehr schön. Oh, schön. Jetzt gibt's auch mal für mich ne Katze. Ach, das war knapp. Ich würde nicht sagen, dass es knapp war. Das war... Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Wow. Da würde ich mal... Halt, stopp. Da unten ist es noch hundertprozentig. Oben. Oben. Selbst dann, du könntest ja auch das Katzenkostüm holen, ne? Weißt du? Ja, ja. Aber okay, jetzt heißt es erstmal laufen. Nein! Oh. Ich wollte Dive machen. Das, was du auch vorhattest. Ja. Nimm mit. Sehr schön. Oh. Aber der war episch. Das war der erste Mal, Basti. Oh, alles für ne... Der Stempel ist alles nur für ne Kaulquaffe, ne? Oh. Easy. Denk mal nicht, dass du jetzt viel geschafft hast, ne? Viel getan hast, ne? Ich hab auch gut mitgearbeitet. Ja, ja. So. Aber dadurch, dass wir gerade zwei Katzen haben, passt sich das, ja? Weil ich hab ja noch ein Level offen, wo wir mit ner Katze hin müssen. Ja, da gehen. Ich kann's mir schon denken. Problem ist, dass man das Level dann auch noch schaffen muss zum Schluss. Oh, ich muss nur wissen, welches Level das war. Es war irgendein Level, wo man nur mit ner Katze hochkam und man durfte den Schalter noch nicht betätigen. Ja, genau das Level, wo wir jetzt hinkommen. Ja, ja. Oben. Oben, oben. Nein. Doch. Oh, shit. Oh. Es wird ja noch schlimmer. Nein. Ja, er ist... Au. Sorry. Jetzt, komm, schnell. Warte, ich mach die weg. Nein, nein, nein. Reserve. Okay, sei froh. Okay, ich muss da hoch. Yes. Okay, jetzt muss ich diesen Ball da hinschlagen. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Boss kommen. Und den schaffen. wenn ich jetzt eigentlich große teilen das ich glaube da war nichts drin du bist klein nein ich war nicht geil durch 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 das war knapp das war gekon okay ja 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 Komm schon, Bowser. Wirf. Der Katz ist halt einfach, den zu besiegen, ne? Ja, genau. Nein, 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 nein. Nein, nein, bin ich. Bin ich. Au. Okay, jetzt wird's schwerer. Er hat sich geopfert. Hol dir den Pilz. Hol dir den Pilz. Habe mir noch einen, das habe ich nicht bemerkt. Bowser, jetzt wirf. Danke. Nein. Oh, shit. Na, okay. Ich habe mich geopfert. Oh, Mann. So viel Treffer kannst du gar nicht mehr kassieren, Bowser. Ich hasse dich, Bowser. Ich hasse dich, Bowser. Was? Autsch. Warte, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich sehe nichts. Aber hat getroffen. Oh, Puh. Okay. 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 Nee, durch da. Oh, Bowser. Ich will mal dein Auto zur Reparatur bringen. Komm, jetzt wirf doch endlich, du... Dreckzell. Dreckzell. Das gibt's nicht. Noch einmal. Oh. Das gibt's doch nicht. Der kann doch keinem mehr fahren. Danke. Oh, meine Gitter. Meine Fresse. Tschüss. Leben, 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 leben. Egal. Weil, die ist schon Gold. So. Ist das Level auch erledigt. Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, nur noch eins, wo ich einmal an die Fahne an die Spitze muss, ne? Oh Gott, fahr doch da. Ah, gut sein. Können wir schnell gucken. Äh, stopp. Äh, Minus. Zack. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Da ist die Fahne. Welt 5-2. Okay. Aber, auch da, am besten mit einer Katze. Oh, okay. Die man halt zum Schluss erst dann verwendet. Sind wir eigentlich gerade beide klein oder bin ich an? Ich bin normal groß, okay. Der ist immer noch so klein. Wird das Maul nicht so groß, äh, so weit aufreißen, ne? Hier, als kleine Peach. So. Du darfst aussuchen. Ja, klein für klein. Oh, schöne Backup-Items. Yay. Das sind wieder so einen dicken Po. Das sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht, warum sie so einen dicken Po spendiert haben. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann es echt nur nicht verstehen, was ich in Nintendo dabei dachte. Weißt du, es stand einfach so elegant. Der Po, der muss dick sein. Der muss richtig schön dick sein, da. Ja. Aber gut, hat sich jetzt eh erledigt, weil du bekommst jetzt 3G. Ja, das ist gut. Ah, geil ist da aus, ey. Ah. Ah, Licht, okay. Denkt an, die gehen da durch kaputt. Da muss ich. Ja. Dann haben wir den Stempel schon mal. Oh, oh. 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 Das ist immer einfach. oh shit warte mal hoffen wir mal für dich hier ist Licht was? ich stand nur da vorne? wo? nach rechts ja oh glückhaft waa ja ich möchte jetzt nicht sagen dass es knapp war aber das war einer grenze ok der ist schon mal gut oh weia nein das war mein Licht es wird jetzt noch viel fieser lag mit dem schwanz kommt nix doch warte oh nein oh shit nein 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 oh god ein weiterer genau wo bin ich da oh shit boah wow 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 quy kuv Nein, 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 ich soll runterspringen. Oh Mann. Hier bringt uns der Tanuki nix, hier bringt uns gar nix irgendwas. Bleib erst mal drauf stehen. Brauchst nix, spring gar nix, du weißt ja, kommt jetzt gleich erstmal die Fahrt. Okay, jetzt kommt das fieser. Okay. Müssen wir halt nur so lange hier bei den Knochen trocken durchhalten. Shit. Nein. Wow. Ja, genau. Okay, einer muss jetzt, warte mal. Ah, wir brauchen doch. Ich abfahre mich. Okay. Moment. Bring. Yes. Geiler Teamwork-Moment war das so, richtig so, ah, nehme dich auf meine Schultern, springe rüber und du springst dann auch von mir ab und springst selber noch drauf. Das ist Teamwork. Warum muss das? Ah. First try, ne? Ja, ja. Kann so sein. Also die Fahne, first try. Und das andere, die Sterne und Stempel. Natürlich, natürlich, versteht sich klar. Gut, liebe Leute, wenn ihr weiterhin first try Basti und mich erleben wollt, dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, auch bei Basti. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.